Hey, ich bin's Kim von Handysektor und heute zeige ich dir, wie du dir diese fancy Handyhülle ganz einfach selber machen kannst. Du brauchst dazu Nagellack in deinen Lieblingsfarben, zwei verschiedene Farben reichen aber, eine passende Handyhülle und eine Unterlage, denn bei diesem Do-It-Yourself-Projekt könnte ein bisschen was daneben gehen. Außerdem brauchst du etwas mehr Zeit, denn die Hülle sollte über Nacht trocknen. Und los geht's! Nimm als erstes die hellere Nagellackfarbe und tropfe sie ganz einfach ungefähr mittig auf deine Hülle. Wenn du die Hülle danach ein bisschen schräger hältst, ergeben sich coole Tropfeneffekte. Wenn du etwas daneben getropft hast, so wie ich hier, kannst du das mit einem Taschentuch entfernen. Lass die Hülle dann mindestens drei Stunden trocknen. Dazu kannst du sie zum Beispiel schräg auf deinem Nagellack ablegen. Dann geht es weiter mit der dunkleren Farbe. Die kannst du jetzt von oben über die Hülle laufen lassen, so, dass sie auch über die erste Farbe läuft. Schau dir zuerst an, wie der Nagellack verläuft, dann kannst du bei Bedarf noch mehr dazugeben oder an manchen Stellen nachbessern. Das Ganze kannst du natürlich mit so vielen Farben machen, wie du möchtest. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Schicht aus Glitzernagellack? Ganz wichtig ist es, dass du deine Hülle zum Schluss gut trocknen lässt, am besten über Nacht. Und jetzt viel Spaß beim Selbermachen! Untertitelung des ZDF, 2020